beim klabauter mann also planen die blutzige bukaneere ihren angriff auf beutebucht haben vielleicht nerven die schwarzen räuber werden beutebucht niemals preisgeben das ist größer als ich vermutet hatte melde der baron revigas sofort eure entdeckung ihr findet ihn hier in weiterbucht kommt bald wieder seid gegrüßt reisender es gibt gelegenheiten genug wenn ihr schlau seid blutzige bukaneere greifen beutebucht an das ist nicht das erste mal dass dieses gesindel so etwas versucht beutebucht ist uneinnehmbar hört sich so an als ob sie eine taktik versuchen wollen ich würde es pirale und zutrauen etwas verrücktes zu versuchen nun gut lasst uns herausfinden was sie jetzt wieder im schilder führen